Hallo liebe Freunde und Herzlich Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir zocken wieder online und diesmal aber mit dem Sergeant Miller. Meinens. So. Wovon habe ich gerade gehört? Er hat gerade noch im Ladesqueak gesagt, hauselig hat er kein Geist. Und meine Maus funktioniert wieder nicht. Wo bist du ungefähr? Ich bin hier bei einem gelben Bus. Beim Bus. Ja, ich bin auch beim Bus. Meine Maus ging bloß nicht. Ich lauf mal in den Bus rein. Ach ne, warte mal, du bist bei dem... Ich bin bei dem Bus, wo bist du? Ich bin jetzt, ich kann jetzt reingehen in den Bus. Ach gut, alles klar, da bist du. Also ich hab hier manchmal, ich hab hier echt manchmal... Ich glaub da waren da hinten so eine Silhouette. Ich hab echt ein kleines Problem mit der Maus. Das ist mir schon mal passiert. Ich glaub, es sollte noch mal in den Generator gehen drin. Obwohl ich den Geist hasse. Hier ist einer. Hier gleich, in der Ecke. Hier ist einer. Warte, bevor wir machen, will ich erstmal gucken. Ich will sicher sein. Ich mag den Geister. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Hör ich. Die ganze Zeit nur. Hä? Daneben geschehen. Hä? Hä? Jetzt hat er mich getroffen. Hä? Ja, genau beim Haken, ich Idiot. Genau beim Haken. Und ich wette mit dir, das ist so eine richtige Camper-Mimose. Mimose. Na. Er guckt gerade in den Schrank rein. Ah, ich... Gut, er geht weg. Er guckt jetzt in einen anderen Schrank rein. Okay. Er ist jetzt weg. Er ist weg. Er ist weg. Ah, er kommt wieder. Ah, er kommt wieder. Ja, das ist so eine olle Camper-Sau. Ja, das ist so eine olle Camper-Sau. Ja, hier ist jetzt laut, freunde. Ist er bei dir? Ja, links von mir. Ja, das ist ein alter Camper. Jetzt ist er bei der anderen. Er ist jetzt wieder bei mir. Ja, hier liegt noch eine hinter mir. Ja, die sehe ich ja. Gut, das war's gleich. Er ist weg. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Das hätte du mir auch hin. Ah, geh weg! Ich geh doch weg. Er hat mich. Mich hat auch gleich. Der ist aber stinkig, der Typ. Aber jetzt kann ich lange wiggeln. Ich kann lange wiggeln. Ja, ich recover mich derweil. Ich lieg hier in der Wiese, wo du mich gesehen hast. Ja, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Nein! Ja, das war's. Jupp. Oh Mann. Da drückt man einmal den Aufnahmeknopf und das läuft wieder beschissen. So. Oh Mann. Er hat auch den nächsten. Ja. Das war's denk ich mal. Das muss ich nicht gegenseitig aufhelfen können, wenn ich so nicht durf. Aber gucken. Vielleicht doch irgendwie. Na, na, Onkel. Wie sieht das denn nur aus, ne? Ich würde so viel Zeit schicken, wie es geht, eigentlich. Aber vielleicht kann dieser Typ hier, True P, lüchten. Oder auch nicht. Oder vielleicht hab ich Glück. Und ich finde die Klappe. Ähm, zu viele Generatoren sind da. Ja. Aber sie wiggelt, sie wiggelt, sie ist fast fertig. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, 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 komm. Ah, schade. Du bist ja. Gut mit ihr war's das auch. Und wiggel, wiggel, wiggel. Los, 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 los. schneller, um, geh, schneller. Drück, 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 drück. Drück, ob dein Leben davon abhängt. Dein Leben hängt davon ab. Oh, ich habe keine Ahnung. Dieser Drecksack, der hat uns alle falsch gemacht. Ja, der hat eigentlich auch, finde ich, rumgekämmt. ich habe ich dennoch gemacht würde ich sagen wir uns beim nächsten tier willkommen zu einer neuen folge der daylight online meine freunde ja ich bin noch ein bisschen erkältet bisschen schnuppi schnuppi ich überlebe ich überlebe nicht alleine richtig der onkel ist dabei und der mörmert hier neben ihr ok da bist du es hallöchen ja genau das war die leid also gibt es eine andere richtung ich komme ja hier ist ja keine ratung ok bis jetzt habe ich kein blaumen gehört zumindest so leid gequatscht habe ich nicht gehört so lieber herr möller würden sie diesen generator ordentlich machen wir haben uns ja dann nicht viel entschuldigung durch schreck durch 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 schreck habe ich verkackt werden falsch weil man ja freunde kleiner tipp manchmal reicht es auch wenn man hier einfach mal hier so rum geht um die um die reifen hier gut wo bist hingelaufen weg bis zum in 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 woher hat mich nicht ich habe die maus total verrissen nevorschreck Da geht's nicht zurück, gell? Hälfte? Über der Hälfte? Ja! Komm schon, 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 komm schon. Ich bin... NEIN! Das ist wirklich krass! Nein! Gut, dann versuch ich mal rumzukommen. Er legt mal wieder eine Falle, logischerweise. Ja. Aber ziemlich weit weg von mir. Du siehst die gerade, oder? Und er kämmt hier rum. Wozu legt er da eine Falle? Da steht er die ganze Zeit vorne. Jetzt geht er, äh, weg. Ah, ne. Wo ist er denn? Ach, jetzt, äh, auf der anderen Seite. Jetzt geht er ein bisschen weiter weg, bleibt aber trotzdem in der Nähe und guckt. Ich komme da zurück. Ah, wie geht die Pern? Uh. Ah. 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 Wurscht Prozent bis zu den ich bin jetzt gerade der Klinik sofort Prozent bei dem Haken wurde Angst bin ich die hinstellen aber ich komme dahin auch hier irgendwo ich habe keine Ahnung da wo der Typ jetzt hängt da bin ich in der Nähe ja wo bist du ich bin hier am Baum ich müsste mal geheilt werden ja ich suche dich ja wie sieht denn der Baum aus ich bin hinter dem Stein wie sieht der Baum siehst du ein Auto ich sehe Heuballen ja da bin ich da bin ich komm dahin da ist natürlich auch ein Auto ich höre gleich ich bin jetzt hier bei dem großen runden Ding bei dem Haus ach beim Haus so ich bin jetzt Haus oh in der Falle wo 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 fuck 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 bleibt er da stehen oder bleibt er stehen oder ich komme zu dir oh Alter bist du weit weg ich dachte wo ich hänge wo ich hänge das da da kommt zu dir ah du Penner ja gut er kommt rüber aber ich kann wickeln und es geht hier runter in den Keller nein geht es nicht gut ein Viertel habe ich Hälfte habe ich und ein Hartnister und ein Hartnister und ein Hartnister und ein Hartnister er legt genau vor mir eine Falle warte kurz ich habe hier jemanden am heilen gut er ist immer noch hier bei mir rechts er ist da wo der Generator ist ne der kämpft rum der kämpft mal wieder rum ist er genau bei dir oder was ja der steht genau vor mir so noch ein bisschen drücken 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 ist er weiter weg nein der hat genau vor mir könnt auch könnt es lassen man 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 ist ausgelaufen oh sie hat sie hat riskiert aber wurde nicht gesehen ok ja Onkel hau ab ich höre jetzt auch auf zu drücken gut er hebt die Falle auf er hebt die Falle auf ja Freunde so kann das mal passieren wenn der Scheiß die dann nur am Runkhemm ist ja Onkel wir am besten nach Hause also raus scheiße man ja Rottencats wird angegriffen sie mit ihrem super große Vorsicht er hat hier überall fallen ne bleibt am besten hier oben genau komm hier raus ich würde gerne durchs Micro rufen die eine ist beim anderen allerdings die wird wahrscheinlich abhauen ja die einer haut ab oder die eine bleibt aufstehen richtung ausgang gerichtung ausgang super ich bin gestorben ok bei mir zurück auch nein die fliegt durch die map wieder nur aus der Schuhe und erkannte an nicht schlecht guck dir mal das an holler die Waldfee ja okay Freunde dann sind wir uns beim nächsten Fall äh kill, kill, kill bis dann und tschau sooo hallo mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight und wir zack wieder online und der Möller ist wieder mit am Start oh nein ein Geist, moin sinds oh nein ein Geist, also bist du das gut ich bin nicht weißt du was, wenn ich einen Generator mache guckst du dich um hast du die Punkte Geist, 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 Geist nein ok, das war eine unsichtbare Wand ja ich hake mich irgendwie immer in solchen Fässern fest oder sowas ok, das war's ich habe einen Haken ist bei mir nicht in der Nähe also kann ich gut wiggeln hoffe ich und der Haken ist natürlich in der Nähe, war ja klar so er haut ab, er ist bei der Tür warte, er kommt wieder, er kommt wieder er sieht mich er ist beim Fenster, ok könnte es, könnte es, könnte es du könntest ach da hinten bist du ok, ok, sehr schön komm mit hin, du hast ein Medipack irgendwo hin ja hier schaut er eigentlich nicht nach hab ich das wissen glaubst du, glaubst du dir deine Punkte so, ich bleib jetzt erst mal hier oh, meine Pumpe ging wie auf Grundeis bleib du dort, ich würde den Generator anschalten ich würde es ja schaffen komm hier mal ist dein, bist du beim Generator in der Nähe? ich geh jetzt grad zum Generator hier oh, ganz da hinten oh ok, auch nichts ach rieberst du komm, zwei Reparaturpunkte will ich auch noch haben ne, nimmst du denn verkacken würde dann macht es wieder ungesprach oh dann geh ich mal gucken dann geh ich mal gucken gut, mal gucken ob ich da hinkomme zu dem wo ist denn der? ich seh den nicht mehr ich auch nicht der ist schon dort beim Generator und natürlich wieder direkt beim Haken ja, läufe vorbei er läuft vorbei er läuft vorbei zum anderen Haken war ja klar war ja klar okay gut er ist genau vor mir ich kann aber auch nichts machen ja der bleibt jetzt genau davor stehen hier liegt doch schon wieder aber egal ich verstecke mich ja das war es jetzt packt er mich noch einmal ist vorbei warum jagt er denn mich? mein gott und vorher die kommt schon wieder nein scheiße naja das war es oh die können ja noch weg hä warum ist denn das bei mir so? ja du lebst sogar noch länger als ich obwohl du ja eigentlich schon lange tot bist aber ich krieche oh mein leben okay sie hängt unten am hagen die hat so ein die hat so ein Fallen Befreiungsding scheiße hat es geschafft er ist tot er sie ist tot you are the last Überlebende wiggle 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 was macht er denn? ich weiß es nicht naja mach den kaputt renn renn loof die klappe ist offen such die klappe such die klappe hopp hopp aber er muss mich noch aufheben währenddessen kann ich die klappe suchen du kannst die du hörst die klappe ne? durch so einen luftgeräusch Ja, das habe ich versucht, Mirwano zu erklären, der ist so blöd, der hat mich da lieber gelacht, anstatt mal zu hören auf mich. Ich habe gesagt, das... Hörst du dich? Da ist die Klappe, da ist die Klappe! Jetzt! Du kannst reinkriegen, reinkriegen, reinkriegen! Ist der blöd! Ist der blöd! Oh, oh, man! Stiff aus dem Arm war es. Ist der doof! Ja, ich glaube, da wollen die dich jetzt ärgern. Ich habe das Gefühl gehabt, da wollte ich dich ärgern. So geil, so ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Kiel.